Die Autobahn Raststätte Knonauer Amt liegt mitten im schönen Säuli-Amt an der A4 zwischen Zug und Zürich. An der Tankstelle gibt es Treibstoffe für alle Fahrzeuge und natürlich auch umweltfreundliche Kraftstoffe wie Erdgas und Strom aus erneuerbaren Energien. Es steht alles für den urbanen Kunden zur Verfügung, von MyStop Regionalprodukten bis zum Geschenk für die Liebsten. Die Öffnungszeiten des Ladengeschosses sind von 9 bis 21 Uhr an 7 Tagen die Woche. MyStop ist immer für Sie da, mit frischem Brot, Blumen und überraschenden Geschenkideen. Im MyStop-Restaurant lassen frische Pizzen, die von Hand vom Pizzaiolo zubereitet sind, und das große Salatbuffet mit Antipasti einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf Bestellung werden saisonale Pasta und Fleischgerichte vom Grill zubereitet. Der Hit sind die Pasta al Pesto oder die Schweinsbratwurst mit Rösti vom Metzger aus der Region. Die thailändischen Spezialitäten werden von unseren Thais originalgetreu zubereitet. Rotes Polé-Curry, hausgemachte Frühlingsrollen und viele weitere bekannte Gerichte aus der gesunden Thai-Küche werden frisch hergerichtet. Kaffeegenuss hoch 3 bei MyStop, hochwertiger Kaffee aus Brasilien und Kolumbien, modernste Kaffeemaschinen und ein geschickter Barista tragen zu einem unvergesslichen Kaffeegenuss bei. Zum Abschied noch ein Dessert, das Ihnen die Weiterfahrt versüßt. Vielen Dank für Ihren Besuch und bis bald bei Ihrem nächsten Halt bei MyStop-Klonauer Amt.